Freunde, ich habe wieder was für euch versteckt. Wo sind wir heute? Hier, wo das Gras grüner ist, in Barbert. Ja, Freunde, ihr habt schon mal einen kleinen Tipp. Was gibt es zu gewinnen? Und zwar ein T-Shirt von Madlips Covalence, dieses Alles-Lacho-T-Shirt. Das ist limitiert, denn den Online-Shop von dem gibt es nicht mehr. Dazu gibt es einmal jede Version meiner Sticker, die sind im T-Shirt drin, also bevor es wascht, guckt auf jeden Fall nach, in der Größe S. Und der Tipp, ich würde einfach mal unter den Mülleimern hier schauen. Hier gibt es viele Bänke, schaut mal unter den Mülleimern, da könnte was liegen.